Ich muss alles essen. Und das ist das Problem bei diesem hollen Grußfutel. Die haben so tolles Essen. Bei uns geht's los um 7 Uhr bis 10.30 Uhr Frühstück. Sprechende Umstehen ist, man kann's brunchen um 12.30 Uhr. Und eine halbe Stunde drücken, wir haben's Kinderessen von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr. Abend und Frühstück nach Polen bis 7.00 Uhr. Abend ist von 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, wenn du Hunger hast, wenn du nichts zu tun hast, dass du nichts abgelassen hast, ... 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